Das Leben mit dem Herzen sehen Deine Augen sind der Spiegel deiner Seele. Sind sie von Vertrauen getragen, dann glänzen sie und können zum offenen Fenster der Begegnung werden. Sehen sie aber nur, was sie sehen wollen, dann verlieren sie an Stärke. Deine Augen sprechen ihre eigene Sprache und zeigen dir an, wie es um dich steht. Sie können nicht lügen und sind wie ein Spiegel für deine Gefühle. Sind sie von Liebe erfüllt, dann fangen sie an zu strahlen. Deine Augen sind das Fenster deiner Seele. Sehen sie, wo es an Liebe mangelt, dann sehen sie mit dem Herzen. Sehen sie aber nur dich selbst, dann bleiben sie blind für das Leben deines Nächsten, der in seinem Herzen von deinen offenen Augen gefunden und angenommen werden will. Sehen sie, wo es an die Gefühle ist. Die Gefühle ist ein Ausländer. Wie ist die Gefühle ist? Vielen Dank.